Die Kuh! Die Kuh! Ach, die war das! Ach, Chris! Was? Ah! Ruhig da jetzt mal hängen und dann noch... Oh, hab ich mich erschrocken! Kann man... Ah, doch. Kann man doch kaputt schießen. So, Jordan. Oh, Mann, ich bin ein Traitor, ey. Das fährt so gut. Das fährt so gut. Ich hab direkt gesagt, komm mal zum Grab, ey. Ich bin mein Grab. Ich komm auch. Warte, dann kannst du mir vielleicht dieses Mal dummieren. Boomerang in die Fresse werfen. Das Lachen verrät mir, du bist Traitor. Nee. Wir sind übrigens dann zu dritt. Vielleicht. Ist da vorne... Plupp. Oh, moin. Was hast du in der Hand? Ah, okay. Wie ich's wusste, Alter, wie ich's wusste, ey. Ja, vor allem, ich hab's einfach gesehen, weil ich direkt über Chris stand, ey. Ich hab den nachbekommen. Ah. Der stand direkt über Chris. Ah, ich wusste nicht, dass du schon so nahe warst. Boah, ich wusste das so, ne? Ich hätte mal warten sollen, bis du auch da gekommen bist. Obwohl, ich glaube nicht, dass du runtergekommen wärst, oder? Nice. Also, vier Leute in einem kleinen Schatten. Mhhh. Von seitdem wir den Thomas haben. Ja. Wobei, da war ja schon die Kompombe ganz cool gewesen. Ich werd nichts Traitor. Achtung, in dem, falls jemand langkommt, in der Smoke liegt auch, äh, ne... Sind sie? Oh, leu. Der Schrank brennt. Mh. Aber nur der Schrank. Da kann ich ja gar nicht wieder raus. Oh, alles klar, Felix. Oh, alles klar, Felix. Chris, äh, was? John hat ihn irgendwie ins Gesicht geballert. Was? Was mir auch ins Gesicht geballert. Nein! Doch. Nein, ich hab auf den Scheiß Stuhl geschossen. Aber der Stuhl hat mir Schaden gemacht. Der ist auch ne Insta. Er ist nicht mal in deine Richtung geflogen, dann war das irgendwie anders. Was ist das? Nicht raus. Ah. Hallo, Felix. Ich höre Schritte. Oh ja, da ist ja mal gestorben, glaub ich, oder? Felix? Okay, es ist Max. Ist das Chris? Nein, ich bin's nicht. Mit das ist Chris meine ich nur, dass ich dich gerade gesehen hab, ne? Ach so. Aha. Nein, ich bin's nicht. Als ob. Was? Das denn? Was ist das denn? Bringt einen das jetzt irgendwas? What the fuck? Was? Was machst du denn? Ich weiß es selbst noch nicht. Max? Was? Ich glaub ich hab Nanja gefunden. Was? Im Schrank? Digga, was ist denn das? Ich mach das jetzt einfach so. Hallo? Hallo? Max? Was ist das denn? Ich wollte auch noch runter. Das ist so ein komischer Wandschrank. Und wenn du kannst nicht nach rechts gehen und wenn du nach links gehst, wirst du nach rechts teleportiert. LoL. LoL. Ja, kenn ich. Ja, kenn ich. War das nicht hier irgendwo? Die Gänge sind immer so, richtig klein. Hallo? Kaputt. Und ich bin auch noch. Wo? Wo? Ich möchte vielleicht auch eine anständige Frage haben. Felix, wo? Oh. Ich hab auch was. Hallo. Hier. Hier. Ja. Hallo Felix. Ah ja. Ja. Ich war da schon drin. Ah das stimmt ja. What the fuck? Hä? Jetzt bin ich hinter Felix. Die ist noch in diesem Weinkeller. Wie zur Heule? Äh. Ich hab's gefunden. Äh. Der hat den Weinkeller kenn ich. Da kommst du durch in den Tunnel vom Grab. Oh. Okay. Ja. Ich bin da nie durchgegangen. Oh Felix. Jemand hat mich aber davon gestört. auslos hier. Er mach dich halt weg. Was? Er hat mich geschossen. Alter! Alter. Was war das denn gerade? Jubel. Jury. Was ist denn da passiert? Ey, ich hab keine Ahnung. Ich hab' mich auf jeden Fall grad richtig eingekappt. Alter! Code braun, Alter, Code braun. Alter, was war... Oh, Junge. Oh Gott. Okay, so hab' ich mich auch... Ich glaub' noch nie in TTT erschrocken. Selbst bei dem Dorian-Ding nicht, Alter. Ich dachte, du lachst Amok, ey. Alter! Ah, 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 bam, 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 bam. Ich hab' da... Alter, hallo. Guck dir das mal an, Felix. Ja! Weiß Bescheid? Da kackst du dich dann wirklich ein bisschen ein. Lo... What? Das ist ein Teleporter. Lo... Okay, okay, ich muss holen. Okay, okay, ich muss holen. Lo... 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 Oh, Moment! Ja, Jordan, du musst dir keine Sorgen mehr machen. Ah, ich... Wieso geht das nicht... Oh, Juddpack. Jordan, du musst dir keine Sorgen mehr machen. Äh... Chris ist, äh... Ich hab' nur noch ein bisschen rumgeflogen, aber... Dann ist er runtergefallen. Richtig gut. Jetzt kommen sie ja nicht mehr hoch. Nope. Noch nicht mal Jetpack bringt mich hoch. Alter! Du bist... Bei mir... Sind das Schritte, die er ihm anzeigt? 250.000 Schritte. Entfernt. Äh, Jungs, bin ich bei ihm? Ist er hier? Nö, nö. Nein, er ist... Er ist ganz unter dem Map. Hallo! 300.000 Schritte entfernt von dir bin ich. Er fällt immer weiter. Er fällt immer weiter, obwohl es nicht so aussieht. Oh... Okay, wenn das so ist, dann habe ich einen Plan... Damit wir nicht alle so lang warten müssen. Jungs! Ehm, Moment, ich versuch was. Das ist jetzt schon ein bisschen ungünstig, Chris. Hey, 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 jetzt porte dich mal, guck mal zu mir jetzt. Alter, wo bist du denn? bei mir verabschiedet 19 mal oder so 200 okay und mein bildschirm ruckelt wie sau hallo das ist einfach nur clipping da unten alter gut da weiß ich schon mal nicht wo ich hin ich habe vor dem dach drauf mit felix ich werde nicht mehr jetzt kann ich mal das grab auschecken wie macht man das grab auf es ist günstig es gibt es billiger achten amok lauf amok laufkommando kommt wer läuft ja da muss ich mal das grab von außen jetzt hat noch viel leben max hat es noch ihr leben ja 61 ja schon wieder etwas ein bisschen minus kammer mein lieber alle dahin gefolgt sind ja ich habe jetzt mal es gibt mehrere wo ist der blumenraum der blumenraum der blumenraum der will jemanden bestatten musst du wissen was hast du gemacht ich habe mal zum graf irgendjemand ja ich bin am grab und das ist eine frage und was strobo mit der zeit das schlampe unten im grab drin oder ich habe noch 37 pädowichser ich sehe nur noch den halben thomas doch komm Emil Mischungen CALFlow ERIK NO NO N внимание Mann ... NOOOOOOO